So, heute wollen wir uns mal Salz anschauen und genauer gesagt den Unterschied zwischen raffiniertem Salz und Natursalz. Also, lass uns erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich raffiniertes Salz? Was heißt das eigentlich? Es bedeutet, dass ich ein reines Natriumchlorid habe, also 100%. Und wie bekommt man das? Indem man ein Salz, was ja in der ganzen Welt vorkommt, unter Bergen oder Meer reinigt. Da gibt es verschiedene Prozesse. Normalerweise wird es erhitzt, es wird gefiltert, gesiebt etc. Zum Teil gibt es auch chemische Zusätze dort, damit alles herausgezogen wird, was nicht Natriumchlorid ist. Und somit habe ich dann eben ein ganz reines Salz. Warum wird das gemacht? Es wird vor allem gemacht für die Industrie, nicht für die Nahrungsmittel. Weil über 90% des weltweit abgebauten Salzes benutzen wir nicht zum Essen, sondern es wird für industrielle Produkte benutzt. Salz ist in Farben, in Kosmetika bis hin zu Hightech-Produkten über 13.000 verschiedene. Dafür wird reines Salz benötigt, reines Natriumchlorid. Viele Leute früher fanden das auch toll, wenn so ein Salz ganz rein ist, dann glänzt es auch so. Ich persönlich finde es für die Ernährung aber nicht so gut. Warum? Weil ich eher Natursalze bevorzuge. Das bedeutet, Salze, die möglichst naturnah sind, die einen regionalen Charakter haben, da sind dann eben nicht 100% Natriumchlorid enthalten, sondern da sind andere Zusatzstoffe noch drin. Das können Mineralien sein etc. Die sind noch im Salz enthalten. Und das gibt dem Salz den gewissen Pfiff. Das sorgt dafür, dass Salze unterschiedlich aussehen können, Natursalze. Wir haben hier so ein persisches Blausalz. Das hat eine leichte bläuliche Färbung, weil da Mineralien drin sind, die das Licht anders brechen lassen, sodass das blau wirkt. Oder ein bolivianisches Rosensalz. Das hat so eine kleine Rosé-Färbung. Und man merkt auch geschmacklich leichte Unterschiede. Man bekommt auch verschiedene Texturen im Salz. Und das macht diesen kleinen Unterschied aus. Die Unterschiede aber sind für mich rein kulinarischer Natur. Ich finde es nicht richtig, über Salze gesundheitlich zu sprechen. Zum Teil werden Salze auch überhöht dargestellt, esoterische Wirkung haben sollen. Da gehe ich nicht mit. Ob es nun Himalaya-Salz ist, das ist nicht in dem Sinne gesünder für uns, weil die Mineralstoffe sind halt in so kleinen Prozenten enthalten. Und wir sollen der Salz nur in minimalen Dosen zu uns nehmen, sodass die Auswirkungen der Mineralstoffe einfach nicht groß genug sind. Aber nochmal, kulinarisch finde ich, das macht einen kleinen Unterschied. Gerade wenn man die Salz als Finishing-Salze zum Schluss benutzt. Und nicht unbedingt für das Pasta-Wasser. Deswegen, da finde ich es sinnvoll. Ich finde es sowieso generell besser, naturnahe Lebensmittel zu mir zu nehmen, die möglichst wenig bearbeitet sind. Also so naturnah wie möglich und natürlich so sauber gereinigt wie nötig. Ich will natürlich auch keine verdreckten Lebensmittel haben. Aber man kann natürlich auch Natursalze so säubern, dass sie für den Verzehr geeignet sind. Und das finde ich halt genau den richtigen Ansatz. Wie gesagt, so naturnah wie möglich und natürlich so gereinigt wie nötig. Also, in diesem Sinne, bleibt neugierig.